Man liest im Netz ja so einiges. Das Covid-19-Virus stirbt ab einer Temperatur von 60 Grad Celsius, weil es ja eine bestimmte Zeit im Rachen sitzt, sei es deshalb eine gute Idee zu rauchen, weil der heiße Qual mir dann das Virus killt. Also als ich das diversen Kollegen hier gezeigt habe, da hat sogar der schlimmste Quarzer gesagt, jetzt glaubst du das ja aber nicht. Also ist was dran, Antwort nix. Die längere Version der Antwort wird Raucher auch nicht gerade begeistern, denn Rauchen ist gerade bei Covid-19 ziemlich gefährlich. Das Virus setzt sich ja in der Lunge ab und sorgt dort für eine Infektion. Wenn die Lunge dann eh schon durch Teer und so weiter belastet ist, kann das Virus deutlich mehr Schaden anrichten. Es ist sogar möglich, dass das Covid-19-Virus bei Rauchern leichter in die Lunge vordringt und sie infiziert. Der Erreger, der bindet nämlich an bestimmte Zellrezeptoren, bevor er in die Zelle wirklich eindringt. Gewebestudien haben gezeigt, dass Raucher mehr von diesen Rezeptoren in der Lunge haben. Also das ist jetzt gerade echt eine gute Zeit, mit dem Rauchen aufzuhören. Bleibt gesund!